Wir wollten uns gerade Fleisch kaufen. Es ist Sonntag, daher können wir uns kein Fleisch kaufen. Da dachten wir uns, wir gönnen uns ein Fleisch-Automaten-Fleisch. Endkrass, Digga. Ohne Witz. Was willst du? Franz-Bürstchen. Freunde, habt ihr Bock, dass ich mal 24 Stunden lang nur von... Was ist das Hausmarin da in so einem Kack, Digga? Das ist ja richtig neu, wahrscheinlich. Von Fleisch essen, ey. Von Masker-Qualität hier, selber verpackt noch, ja. Habt ihr mal Bock, dass ich so 24 Stunden lang mich nur von Automaten-Essen ernähre? Wäre echt lustige Idee, Digga. Ohne Witz. Franz-Krautsalat, Digga. Es ist ja Franz. Ach, das ist von Franz. Ja, bestell mal irgendwas, Digga, das muss ich jetzt festhalten. Anders, teuer, aber... Ja, du, Harzer. Scheiße, wir nehmen nur 20 oder was? Hast du keinen, Zwanni? Digga, heftiger Shit, Mann. Die Leute denken sich, ich hab noch nie einen Fleisch-Automaten gesehen. Egal. Ich hab aber auch noch nie einen Fleisch-Automaten gesehen. Jetzt fliegt da auch jemanden vor allem. Kannst du jetzt nicht wechseln. Okay, wir können grad nichts holen, weil wir, weil er kein Geld hat. Okay, passt mal wieder. Ja, stecken Sie bitte das Geld. Boah, schneller geschluckt als... Das geht nicht, das geht nicht. Digga, wenn du Falschgeld benutzt, dann geht's natürlich nicht. So ein Asylant, benutzt einfach Falschgeld. Das ist ja nicht. Digga, Mann, jetzt... Inkompetent nennt man sowas. Jetzt schieß mal hier rein. Das steht so mit dem Ding nach vorne. Digga, tu's mal hier rein. Ach nein, jetzt sind wir extra Trankstelle. Du musst vielleicht erst Nummer eingeben. Ja, gib mal Nummer ein. Jetzt hier die Geld. Jetzt ist sie gesperrt. Mann, Digga, wieso geht das nicht? Weil wir verarschen. Okay, so eine Verarsche. So ein Arsch. Wir wollten jetzt grad ganz genehmigt andere Coat Steakern. Es geht. Es geht, es geht. Kredit, Digga, du hast Kredit von 20 Euro genommen bei... Ne, ne, einmal. Alter, wieso fällt. Alter. Digga, noch nie gesehen sowas. Haben Sie schon mal sowas gesehen? Nee, sicher. Atemberaubend, oder? Welt. Welt eigentlich, okay, okay. Hast du jetzt schon ein Fleisch bekommen? Ja, ja. Oh, Alter. Wollen Sie haben? Krass. Ich weiß nicht. Wir machen Dokumentationfilm. Für Schule. Heiz zu Gelände, ich weiß nicht. Jetzt entscheide ich, du Fettsack. Heiz zu Gelände? Heiz zu Gelände, ich weiß nicht. Rein da. Und hoch mit dir. Greifer. Heiz zu Gelände, ich weiß es nicht. Ich habe weniger Fett dran. Okay, heftig. Das Geld fliegt einfach raus, Mann. Da drinnen ist noch Geld, vergiss nicht. Halbe Miete bei dir. Freunde, fand Alicci, beste Leben. Mit Live-Bewertung. Nicht schlecht. So, was geht? Wer hat's noch? Wenn du willst, lass ein LKW holen lassen. Wir können doch gleich den ganzen Automaten schleppen lassen. So, der Gott. Juri, 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 juri. Oh, shit. Oh, ho. Ich frage, wie viele sind so zwei Steaks? Wenn es zwei Steaks sind, dann wäre es halt schon fett. Fett. Das ist ein Digger. Digger. Komm, zwei fette Dackensteaks, Mann. Digger, das wiegt ein halbes Kilo. Ein halbes? Ja, Mann. Jetzt sind wir fertig. Oh, nein!